Ich bin bei IBC Evidencia verantwortlich für die Gesamtgruppe in Deutschland. Alle unsere Partnerpraxen und Kliniken sind ursprünglich durch Tierärzte gegründet und aufgebaut worden. Damit ist das lokale Unternehmertum vor Ort vorhanden gewesen und wir versuchen das auch weiterhin zu erhalten, indem wir gemeinsam mit diesen Unternehmern vor Ort, die weiterhin ein hohes Maß an Entscheidungsfreiheit genießen, die Kliniken und Praxen auf die nächste Stufe heben wollen. Und dadurch kann sich der lokale Unternehmer und Tierarzt wieder auf das fokussieren, was er eigentlich am liebsten macht, nämlich gute Tiermedizin und das Angebot an Tiermedizin auszubauen und weiterzuentwickeln. Zusammen mit den lokalen Teams arbeiten wir laufend daran, die Qualität und die Breite unseres Angebots in den einzelnen Einrichtungen zu verbessern. Das kann sein, dass wir neues Equipment in die Praxis bringen, wie beispielsweise ein CT-Scanner oder ein MRT-Gerät oder auch etwas Kleineres wie ein Ultraschall und ganz banale Dinge wie Erweiterung der Räumlichkeiten, damit ausreichend Platz besteht für optimale Arbeitsbedingungen und damit eine optimale Patientenversorgung. Unser wichtigster Baustein für den Erfolg der Gruppe sind unsere Kolleginnen und Kollegen vor Ort, die unermüdlich daran arbeiten, hochwertige Tiermedizin zu leisten. Es gibt immer weniger Tierärztinnen und Tierärzte, die sich für den praktischen Tierärzteberuf interessieren, was unter anderem an den historisch anspruchsvollen Arbeitsbedingungen lag. Da müssen wir als Gruppe und die Tiermedizinbranche an sich darauf reagieren, indem wir attraktive Arbeitsplätze zur Verfügung stellen, wo auch eine entsprechende Work-Life-Balance beispielsweise gewährleistet werden können. Wir haben heute schon und bauen kontinuierlich aus ein Weiterbildungsprogramm für alle unsere Mitarbeiter, abhängig von Rolle mit entsprechend angepasstem Kursangebot bis hin zu internationalen Kursen in unserer Evidencia Academy. www.evidencia-academy.de www.evidencia-academy.de www.evidencia-academy.de